Ich habe sehr lange über diese Antwort nachgedacht. Doch egal, wie ich es wende und drehe, die Antwort ist immer die gleiche. 42 Are you listening? Das ist alles? Meine sehr verehrten Damen, Männer, heute im Episode 42 der Backfield Boys Show, natürlich alles zur Sperre von Ezekiel Eriks, natürlich alles zum Trade von Sammy Watkins, Jordan Matthews und einigen anderen, und natürlich alles zur ersten Preseason Week der NFL. Euer Gastgeber heute, TK, Hausliebe. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Backfield Boys Show, Episode 42 an diesem Mittwoch, unter dem Titel Live, the Universe and NFL. Oder anders gesagt, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der TK Show, denn ja, ich bin heute alleine für euch am Start. Am Sonntag, in Episode 41, habe ich noch Pi angekündigt und Pi war auch auf dem Weg zu uns. Er wollte Teil dieser Sendung sein. Dann kam ihm allerdings etwas dazwischen. Ein anderes Auto. Aber, keine Sorge, ihm geht es soweit gut. Er kann nur leider heute nicht hier an dieser Sendung teilnehmen. Doch, trotzdem bin ich natürlich nie ganz alleine. Klar, ich habe immer euch mit am Start. Ich habe Giselle Blümchen hier bei mir auf dem Tisch stehen, auch wie jedes Mal natürlich am Start. Und ich hole mir heute Hilfe aus dem Off. David Hasselhoff ist heute hier bei mir dabei. Er wird uns ein paar Fakten aus dem Off dazu steuern, damit ich nicht ganz alleine hier durch diese Sendung segle. Und er wird sich immer mal wieder zu einigen Themen äußern. David, bist du bereit? Born ready. Immer ready. Klingt gut. Hoffen wir, dass es wirklich so eintritt. Heute eine neue Sendung. Am Mittwoch ganz normal, regulär, so wie ihr es kennt, an jedem verdammten Mittwoch für euch am Start. Am Sonntag hatten wir aber auch ein Special für euch. Sonntags gehört sich Football. Und da die NFL zwar mit Preseason Games läuft, allerdings noch nicht so richtig, und wir halt auch jeden Sonntag heiß auf Football sind, haben wir euch am vergangenen Sonntag ein kleines Special geliefert mit einem Gast aus den US und AM. Mitchell Renz war bei uns zu Gast. Fantasy-Football-Experte hat sich Pitch und mir gestellt und einige Fragen im Bereich Fantasy-Football beantwortet, aber natürlich auch viele, viele verrückte Stats zur NFL gegeben. Und wenn ihr die Sendung noch nicht gesehen oder gehört haben solltet, dann wird es höchste Zeit. Ihr findet den Clip natürlich auf YouTube oder auch dem Podcast auf iTunes und Stitcher. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist mal was ganz, ganz anderes. Komplett zum Thema Fantasy-Football mit einem Experten aus den US und AM. Und wir reden nicht nur über Fantasy-Football, wir reden nicht nur über Stats, wir reden auch darüber, wie es sich in Deutschland lebt, wie der Vergleich ist zwischen Deutschland und den USA, wo man den besten Döner in Köln bekommt und dergleichen. Quick question of the day. Okay, machen wir dann heute auch direkt mal aus Episode 41. Wir stellen einfach mal eine Frage aus Episode 41 nochmal einzeln raus und nutzen diese hier zum Start in Episode 42. Live, the universe and NFL. The last name, we discussed it, we discussed very, very often. He's a Bears fan, Pitch is a Bears fan. As you can see. And he's very high on Jordan Howard and I'm absolutely not. I think the Bears are the worst team in the league. No, the Jets are the worst team. I think Jordan Howard will regress extremely next year. Okay, so the last name is Jordan Howard. And it's Vinegar. And Jordan Howard is probably my biggest running back bust of the season. And it's for a lot of the points that you made. The Bears are probably the third worst team in the NFL. I think the Jets have a legitimate chance of going 0-16. And the 49ers are definitely up there as well. But I think the Bears have to be in that conversation. And Jordan Howard is a pretty good running back. He's an okay running back. If you want to talk about it from an athletic standpoint, if you guys know what SPARC is, SPARC measures how much of an athlete you are. It stands for speed, power, agility, reaction, and quickness. Jordan Howard is in the 32nd percentile. So he's only as athletic as 32% of the running backs that have ever come in the NFL. The Bears don't have really anything around him, which scares me. Last season, Jordan Howard averaged only 3.4 yards with stacked boxes. So eight guys in the box, which is one of the worst percentages in the NFL, which I thought was interesting. And I expect him to face plenty of stacked boxes in the NFL. Over the last four years, there's been, well, now five, five rookie running backs to score over 180 points in their rookie season. Doug Martin in 2012, Jeremy Hill in 2014, Todd Gurley in 2015, Ezekiel Elliott, and Jordan Howard last year. Doug Martin, Jeremy Hill, and Todd Gurley in their sophomore year suffered major, major sophomore slumps. I just wrote an article, like I said, for Fantasy Pros. It'll be coming out soon. So I want you guys to check out how much of a decrease in production that those guys all saw. And I don't know if Howard will see that big of a decrease, but that team, I'm just not confident in the Bears. And there's no way he's going to score a lot of touchdowns. And if they're a crowd in the box and when NFL coaches get an entire offseason to scheme for you, a lot of times it's not good. So I'm going Ben and go on Howard. Is there any player on the Bears roster you would recommend fantasy-wise? Nope. That's bad. Their defense is okay. Their defense is a little bit underrated, I guess. But besides that, I mean, I don't know. There's no way you could sell me on any guy. Maybe Meredith on the value, but he's got to be my wide receiver four. Eure Fragen mal in der Show? Kein Ding. Schreibt es uns einfach. At Backfield Boys ist unser Kürzel. Auf verschiedenen sozialen Kanälen erreicht ihr uns. Einfach einsenden und dann können die Dinge auch hier in der Sendung auftauchen, oder TK? Ja klar, gerne auf den sozialen Kanälen. Wir sind erreichbar auf Facebook, Twitter, Instagram und sogar bei Google+. Perfekt, fast besser als Pitch. Und natürlich auch gerne per E-Mail an info at thebackfieldboys.com Und dann vielleicht auch mal eine Frage von euch oder von demjenigen dann halt hier bei uns in der Sendung. Also, wenn ihr Teil dieser Sendung sein wollt, dann wisst ihr jetzt, dank David Hasselhoff, wie ihr hier dran teilnehmen könnt. Episode 41, wie gesagt, war eine ziemlich coole Sache. Wir haben uns im Nachgang zur Sendung auch nochmal mit Mitchell ein bisschen ausgetauscht. Und ja, ist halt ein unglaublich großes Ding in den Vereinigten Staaten, Fantasy Football. Und kommt halt auch immer mehr zu uns. Und wir berichten ja auch Woche für Woche immer mal wieder mit über das Thema Fantasy Football. Und wir merken auch, wie die Begeisterung bei euch und bei den Leuten hier in Deutschland stetig steigt. Doch das war jetzt Vergangenheit. In der Zukunft haben wir auch ganz, ganz viel mit euch vor. Nicht nur heute, natürlich hier bei Episode 42, sondern in der Zukunft wollen wir immer mal wieder auch interessante Gäste bei uns am Start haben. Beispielsweise nächste Woche schon haben wir wieder einen Gast bei uns am Start. Dazu mehr am Ende dieser Sendung. Wir planen ein Fantasy Football Mock Draft für euch durchzuziehen. In kompletter Mannschaftsstärke. Kurz vor dem Start in die NFL Saison sogar noch. Und auch ein kleines Special zum Opening Sunday. Da planen wir, ähnlich wie damals beim Draft, wo wir live mit euch am Start waren, planen wir da circa eine Stunde, eine Sondersendung abzuhalten. Kurz vor dem Kickoff am Sonntag mit uns allen gemeinsam, wo ihr uns nochmal Fragen stellen könnt zum ersten Spieltag. Wo wir ein paar Themen nochmal rausarbeiten für euch. Und wo wir einfach ein geselliges Beisammensein haben möchten. Ein paar Stunden, ein paar wenige Stunden kurz vor dem Kickoff in die neue NFL Saison. Beziehungsweise in den ersten NFL Sonntag. Dazu natürlich in nächster Zeit dann auch mehr bei uns auf den sozialen Kanälen. Da einfach folgen und ihr verpasst dann nichts. Und dann werdet ihr auch darüber informiert, wann wir live an den Start gehen am ersten NFL Sonntag. Was haben wir allerdings heute für euch? Heute natürlich meine Meinung zur Sperre von Ezekiel Elliott. Ein großes Thema in der NFL. Ein großes Thema auch bei mir. Viele, viele schlaflose Lächte liegen hinter mir als Dallas Cowboys Fan. Heute meine Meinung zu diesem Thema hier in dieser Sendung. Dann gab es am vergangenen Freitag großartige Trades. Ganz, ganz viele überraschende Sachen. Auch darüber sprechen wir natürlich heute. Und auch über die Preseason Woche, die bereits hinter uns liegt. Eine Woche NFL Football liegt bereits hinter uns. Was ist uns da besonders aufgefallen? Das heute alles in der Sendung. Ansonsten halten wir es heute so ein bisschen wie die Connichons, diese kleinen Gürkchen, kurz und knackig. Kurz und knackig soll es heute werden. Natürlich sind auch einige Themen, die wir jetzt ein bisschen rausstreichen mussten, aufgrund der Tatsache, dass Pi nicht am Start sein kann. Von daher wird die Sendung wahrscheinlich, ich meine, ich überziehe auch gerne alleine, wahrscheinlich etwas kürzer werden. Aber natürlich mit allen notwendigen Informationen der vergangenen NFL Woche. Wie gesagt, ein paar Sachen sind rausgerutscht. Die werden wir allerdings sicherlich auf den sozialen Kanälen auch entsprechend spreaden. Und vielleicht auch mal in einer der nächsten Episoden verwurschteln. Aber ihr habt natürlich genug Backfield Boys noch in der Hinterhand. Wie gesagt, in der vergangenen Woche gab es sogar zwei Ausgaben. Letzte Woche Mittwoch mit Pitch, am Sonntag mit Pitch und mit Jurens. Also da könnt ihr einiges gucken. Und wir haben natürlich auch die Shorties am Start und ganz, ganz viele alte Sendungen noch, die vielleicht einige von euch inzwischen noch gar nicht kennen, weil sie uns erst seit kurzem folgen oder uns erst seit kurzem kennen. Da gibt es auch in Archiven richtig gute Sachen, ganz, ganz alte Sachen. Und für uns persönlich, auch wenn es erst ein halbes Jahr her ist, teilweise diese Sendung, ist es schon nochmal interessant, das Ganze sich anzusehen und anzuhören, was man da so damals von sich gegeben hat. Und vor allem auch, in welcher Art und Weise man das Ganze damals noch präsentiert hat. Aber wir leben im Jetzt, selbstverständlich. Und im Jetzt existiert eine Zeit, in der die Dallas Cowboys ohne ihren Star Running Back auskommen müssen. Ezekiel Elliott wurde für sechs Spiele gesperrt. Inzwischen hat der Einspruch gegen diese Entscheidung der NFL eingereicht. Logisch, die NFL hat ein komplettes Jahr lang, hat sie recherchiert und das Ganze verfolgt. Es geht da um einen Vorwurf von gewalttätigen Übergriffen auf eine vermeintliche Ex-Freundin namens Tiffany Thompson. Die Polizei hat das Ganze in der Vergangenheit natürlich auch schon mal beäugt. Da kam nichts raus. Die NFL allerdings hat jetzt genügend, für sie zumindest, genügend Beweise gefunden, um Ezekiel Elliott für sechs Spiele zu sperren. Und in dem Bericht der NFL heißt es, dass es genügend Anzeichen dafür gebe, dass es dort zu täglichen Übergriffen auf Tiffany Thompson kam und dementsprechend Ezekiel Elliott unter der ganzen Policy der NFL gesperrt gehört. Das wurde jetzt durchgedrückt. Für sechs Spiele steht er Stand jetzt. Den Dallas Cowboys zum Start in die neue Saison nicht zur Verfügung. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin wütend. Ich bin sauer. Meine ersten Gefühlslagen waren sehr impulsiv. Ich war echt angepisst. Ich war sauer. Ich war wütend. Das Problem an diesen Gefühlen allerdings war und ist, ich weiß nicht so recht, auf wen ich sauer sein soll, auf wen ich wütend sein soll. Bevor ich dieses ganze Thema angehe, möchte ich vorab klarstellen, Gewalt in jeglicher Form ist ein absolutes No-Go. Und Gewalt gegen Frauen ist nochmal ein absolutes, also das setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Das ist das No-Go der No-Gos. Das geht überhaupt gar nicht. Und wenn tatsächlich etwas daran sein sollte, dass Ezekiel Elliott Tiffany Thompson in irgendeiner Art und Weise geschädigt haben sollte, dann gehört er für länger gesperrt und nicht nur für diese sechs Spiele. Das möchte ich vorab, bevor ich dieses ganze Thema bespreche, klargestellt haben. Das geht gar nicht. Kann sich keiner erlauben, kann sich auch keine Ezekiel Elliott erlauben und das kann sich auch kein Dallas Cowboy-Spieler für mich erlauben. Sobald da irgendwas in diese Richtung tatsächlich geschehen ist, gehört dieser Junge vom Platz genommen, gehört dieser Junge aus der NFL genommen und für einen deutlich längeren Zeitraum, als das hier der Fall sein sollte. Und dann gehört der Junge auch strafrechtlich verfolgt und entsprechend auch natürlich verurteilt. Das ist aber genau der Punkt. Die Polizei hat dort nichts gefunden. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Entscheidung der NFL beruht nicht auf Tatsachen. Es beruht auf Vermutungen, auf Meinungen verschiedener Personen, die sich natürlich ausführlich, ich sage dir, ein ganzes Jahr lang damit beschäftigt haben. Aber es gibt auch jetzt noch keine stichfesten Beweise, nach denen es tatsächlich zu tätlichen Übergriffen gekommen sein sollte. Und ich verstehe, dass die NFL nach dem ganzen Desaster um Ray Rice, nach den Vorkommnissen in der Vergangenheit und nach den fehlerhaften Umgängen mit den Geschichten von Big Ben Roethlisberger oder auch Greg Hardy, jetzt ein Zeichen setzen wollte. Für mich persönlich ist Ezekiel Elliott in dieser ganzen Posse allerdings auch irgendwo ein Bauernopfer. Diese Frau, Tiffany Thompson, hat belegbar in der Vergangenheit gelogen zu einem Vorfall. Und die Wunden, um die es gehen soll, die sind laut der Seite von Ezekiel Elliott in einer Zeit oder wurden in einer Zeit festgestellt, in welcher Ezekiel Elliott belegbar gar nicht mit dieser Frau in Kontakt stand oder gar nicht bei dieser Frau war. Das sind schon allein zwei Fakten, belegbare Fakten, die gegen diese ganze Sache sprechen, die hier allerdings vermeintlich außer Acht gelassen wurden und die keinerlei Bewegungen die ganze Sache gebracht haben zugunsten von Ezekiel Elliott. Ich glaube ja, der Junge braucht mal einen Denkzettel. Einfach mal ein bisschen geerdet werden. Ja, da wird das sagen. Viele, viele Leute sagen, Ezekiel Elliott braucht mal einen Denkzettel. Und das mag auch sein. Er ist sicherlich kein Unschuldsengel. Und er ist sicherlich nicht der reinste Bursche in der NFL. Keine Frage. Er hat sich teilweise Sachen geleistet, die nicht nur unreif sind, sondern die asozial sind und die sich absolut nicht gehören. Und ich bin der gleichen Meinung. Dem Jungen gehört der Kopf gewaschen. Ich habe in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, die jungen NFL-Stars teilweise, die vor allem richtig hoch gehypt sind, zu denen ich Ezekiel Elliott zähle, die kommen auf einmal in eine Welt hinein, in der sie unfassbar viel Geld verdienen, in der sie unfassbar im Fokus stehen. Und viele wissen damit nicht richtig umzugehen. Ezekiel Elliott gehört sicherlich dazu. Ezekiel Elliott ist jemand, der der Unterstützung benötigt. Und der sicherlich auch mal einen Denkzettel benötigt. Oder der mal den Kopf gewaschen braucht. Aber nicht durch eine Sperre von sechs Spielen aufgrund von Vermutungen. Das ist mein großes Problem darunter. Denn nicht nur Ezekiel Elliott leidet darunter. Monetär, sein Ansehen und dergleichen. Fans leiden darunter. Ich persönlich leide darunter. Fans der Dallas Cowboys leiden darunter, dass Ezekiel Elliott sechs Spiele gesperrt wird. Und nicht nur wir Fans, sondern auch die Dallas Cowboys natürlich leiden darunter, dass Ezekiel Elliott gesperrt wird. Ganz abgesehen von allen Fantasy-Football-Spielern, die bereits Ezekiel Elliott gedraftet haben oder ihn in Dynasty oder Keeper Leagues im Kader haben. Die leiden natürlich ebenso darunter. Doch vor allen Dingen natürlich sein Team, die Dallas Cowboys. Ezekiel Elliott im vergangenen Jahr mit 1631 Rushing Yards und 15 Touchdowns. Er war ein absoluter Anker dieser Offense. Und er fehlt jetzt die ersten sechs Spiele. Erst am 29.10. gegen die Division Rivals aus Washington, gegen die Redskins in Woche 8, darf er wieder auflaufen. Und in der Zwischenzeit stehen einige Spiele auf dem Programm, in denen er noch mehr fehlt als bei vielen, vielen anderen Spielen. Die Dallas Cowboys spielen in den ersten vier Wochen gegen vier Top 10 Defenses aus dem vergangenen Jahr. Namentlich Giants, Broncos, Cardinals und Rams. Plus Aaron Rodgers und die Packers. Die stehen in diesem Zeitraum, in welchem Ezekiel Elliott gesperrt wurde, ebenso noch auf dem Programm. Und wir wissen alle, wenn ihr uns zuhört, zuseht und mich verfolgt habt, dann wisst ihr alle, Aaron Rodgers hat mir schon einige Leiden in der Vergangenheit bereitet. Er ist der Typ, der den Dallas Cowboys mit am meisten weh getan hat in den letzten Jahren. Und genau gegen diese Packers steht Ezekiel Elliott nicht zur Verfügung. Die Dallas Cowboys sind übrigens das einzige Team in der NFL, die so etwas zum Start stemmen müssen. Und das alles ohne den Anker ihrer Defense. Was ändert sich jetzt bei den Dallas Cowboys? Das ist natürlich die große Frage, die dort im Raum steht. Letztes Jahr ging das Run-Game ohne Ezekiel Elliott um 15% runter. Und auch Dak Prescott, Rookie of the Year, wurde schwächer. Mit Ezekiel Elliott auf dem Platz hatte er ein Completion Percentage von 73% ohne Ezekiel Elliott nur noch von 60%. Du darfst auch nicht vergessen, es ist nicht mehr die gleiche O-Line wie letztes Jahr. Da sind ein paar Jungs weg. Was die O-Line angeht, bleiben wir erstmal kurz bei Dak. Um Dak mache ich mir persönlich weniger Sorgen. Und das hängt auch mit der O-Line zusammen, David. Die Offensive Line der Dallas Cowboys war für viele in den vergangenen Jahren das Nonplusultra. Und auch 2016 waren sie enorm stark. 2017 jetzt sieht sie ein wenig verändert aus. Klar, mit Frederick Martin und unserem Left Tackle Tyron Smith haben sie immer noch auf den jeweiligen Positionen vielleicht dem besten Mann in der NFL zur Verfügung. Zumindest einen der Top 3 Leute. Doug Free ist zurückgetreten, hat seine Karriere beendet. Aber hier sehe ich keinen großen Verlust zu dem Jungen, der das Ganze übernehmen soll. Lyle Collins wird dort die Right Tackle Position wahrscheinlich übernehmen. Er war damals ja ein sehr, sehr hochgelobtes Prospekt aus dem College. Und er wird wahrscheinlich Right Tackle übernehmen. Und die Left Guard Position, die jetzt offen steht nach dem Abgang von Ronald Leary, wird mit einem ebenfalls ehemals hochgelobten Talent in Jonathan Cooper übernommen werden. Also von daher mache ich mir um die Offensive Line keine großen Sorgen. Ich glaube, da werden wir vielleicht sogar eine bessere Offensive Line in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen haben, oder die Dallas Cowboys zur Verfügung stehen haben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Was allerdings jetzt in den ersten sechs Spielen fehlt, ist der Mann, der das Ganze letztes Jahr nochmal nach vorne gepusht hat. Der Runner dahinter, der Running Back dahinter. Wen haben die Dallas Cowboys noch im Kader? DMC, Darren McFadden, klar, Rod Smith, Hillman, Morris. Das sind die Jungs, die da hinten anstehen. Linahan sagte bereits auf die Frage, wie er das Ganze kompensieren wird, Coordinator bei den Cowboys, dass mehrere Leute dieses Programm von Ezekiel Elliott schultern werden. Und normalerweise ist Linahan allerdings in der Vergangenheit dafür bekannt gewesen, dass er einen Workhorse hat, einen Bell Cow, der das Ganze alleine schultert und dann eben nur mal zwischen den Pausen erhält. So hat er das in seiner Karriere die meiste Zeit gehandhabt. Unter anderem auch 2015 war das Ganze Darren McFadden. Und obwohl dieser nur ein einziges Spiel mit Tony Romo damals gemeinsam gemacht hat, der Rest mit Backups, die heutzutage zum großen Teil gar nicht mehr in der NFL spielen, und er erst in Woche sechs Starter wurde, hat er 1089 Yards hingelegt, fünf Spiele über 100 Yards hingelegt und war am Ende der sechstbeste Rusher der gesamten NFL. Ich persönlich habe zudem ein ganz, ganz großes Vertrauen in Alfred Morris. Der hat bei den Washington Redskins in seiner Karriere bereits drei Saisons hingelegt mit über 1000 Yards und passt in dieses System optimal rein. Von daher auch dort sind die Cowboys in der Breite gut bestückt mit Jungs, die das Ganze über den Zeitraum, über den Ezekiel Elliott fehlt, sicherlich übernehmen können. Der Fan in mir bleibt an dieser Stelle, ihr merkt es, optimistisch. Doch der Weg für die Dallas Cowboys, der von vornherein schon sehr, sehr, sehr schwierig war, wird nochmals extrem schwieriger werden. Und abgesehen davon, dass man sechs Spiele ohne Ezekiel Elliott auskommen muss, abgesehen davon, dass das Ganze natürlich komplizierter wird, müssen die Dallas Cowboys diese ganzen Sachen, die persönliche Natur in den Griff bekommen. In dieser Off-Season habe ich oft über das kulturelle Problem bei den Pittsburgh Steelers gesprochen. Und natürlich nehme ich die Dallas Cowboys da komplett mit rein. Die Dallas Cowboys ist nochmal ein bisschen andere Geschichte. Das ist halt viel Hollywood, das ist viel, noch viel mehr in der Presse stehen, noch viel mehr im Fokus stehen. Aber was da sich in den vergangenen Jahren teilweise geleistet wurde, teilweise wissentlich, auch vom Front Office, weil man gewisse Risiken eingehen wollte, um Kapital rauszuschlagen, das ist inzwischen nicht mehr tragbar. Diese Off-Season sind auch viele, viele Namen dort ins Rampenlicht gerückt, negativ, denen so etwas nicht zusteht. Und seit 2014 wurden insgesamt 16 Spieler bei den Dallas Cowboys suspendiert. Und das sind deutlich zu viele. Und mit Ezekiel Elliott nur noch die Kirsche auf der Sahnehaube, meiner persönlichen Meinung nach. Und wo ist Ezekiel Elliott jetzt jetzt im Fan-Fug? Ja, im Fantasy-Football? Ezekiel Elliott, schwierige Sache, ihn dort richtig einzuordnen. Sechs Spiele hätte ich persönlich nicht gedacht. Ja, das ist das Mindestmaß für häusliche Gewalt. Ich persönlich dachte allerdings nicht, dass er dafür verurteilt wurde. Ich habe das ja auch schon auf Twitter kundgetan. Sechs Spiele ist eine Masse. Vor allem im Fantasy-Football ist das ein Großteil. Teilweise die Hälfte der Fantasy-Football-Saison fällt Ezekiel Elliott aus. Und wenn man jetzt nicht in einer Dynasty-League ist oder in einer Keeper-League, sondern in einer Redraft-League, also jedes Jahr neu sein Team zusammenstellt, dann fällt Ezekiel Elliott für mich jetzt bis runter in die dritte Runde. Ich möchte, bevor ich mich an Ezekiel Elliott traue, möchte ich vorher einen Starting-Running-Back haben, der mir die gesamte Saison zur Verfügung steht. Ich möchte einen Top-Wide-Receiver haben. Und wenn ich das beides abgedeckt habe mit meinen ersten beiden Runden, dann würde ich eventuell in der dritten Runde über Ezekiel Elliott nachdenken. Allerdings nicht davor. Alles davor zerstörst du dir deinen Wide-Receiver-One für den Kader und deinen Running-Back-One für diesen Kader. Und dazu kommt auch noch, wenn du dich für Ezekiel Elliott in der dritten Runde entscheiden solltest, dann musst du später gezielter auf Running-Backs gehen. Du bist dann nicht mehr so handlungsfähig in den späten Runden. Du wirst deinen Fokus immer wieder auf Running-Back-Targets setzen müssen, dass du dort irgendwo noch einen Starter bekommst für die ersten paar Wochen, dass du dort irgendwo noch eine Lösung erhältst für die ersten Wochen. Dein Draft wird viel mehr auf die Running-Back-Position ausgerichtet sein, als sie es tatsächlich sein sollte. Versuche im Draft immer so flexibel wie möglich zu bleiben. Ezekiel Elliott mit dieser Sechs-Spiele-Sperre, die du allerdings sehr früh nehmen musst, nimmt dir diese Flexibilität. Deswegen für mich nur noch in der dritten Runde Ezekiel Elliott und definitiv nicht davor. Ezekiel Elliott und die Sperre, natürlich ein großes Thema diese Woche in der NFL gewesen. Ein großes Thema, welches mich auch bewegt hat. Ein Thema, über welches man sehr, sehr kontrovers diskutieren kann. Ich habe mich auch in den vergangenen Tagen schon per privaten Nachrichten auf Twitter und auf Instagram mit einigen Leuten dort austauschen dürfen. Und da kommen verschiedenste Meinungen zusammen. Und ich glaube auch nicht, dass es dort eine feste Meinung gibt, sondern jeder beurteilt das ein wenig anders. Und jeder geht da natürlich mit einem anderen Blickwinkel dran. Und ich glaube, im Allgemeinen sind wir uns allerdings einig, dass diese Gewalt gegen Frauen ein absolutes No-Go ist und die NFL das hart bestrafen muss. Und vielleicht sogar noch härter, als sie es jetzt mit Ezekiel Elliott getan hat. Dennoch geht die NFL hier einen ganz gefährlichen Weg, meiner persönlichen Meinung nach, weil man erneut Urteile fällt aufgrund von Vermutungen, aufgrund von persönlichen Einschätzungen und nicht nach belegbaren Tatsachen. Und auch in der NFL sollte immer noch gelten, solange es dort keine Beweise gibt, sollte man als unschuldig gelten. Und das ist dort bei Ezekiel Elliott wieder einmal nicht geschehen. Von daher finde ich diese Sperre jetzt für Ezekiel Elliott sehr, sehr schwer einzuschätzen. Und ich bin auch sehr gespannt, was in den nächsten Tagen dort noch nachkommt, wenn dieser Einspruch eingelegt wurde. Ezekiel Elliott ist jetzt am Zug, die Seite von Ezekiel Elliott, das Ganze zu belegen, dass man dort nichts mit am Hut hatte. Bin ich sehr, sehr gespannt. Eine traurige Geschichte können wir allerdings als Football-Fans derzeit bei Hard Knocks verfolgen. Hard Knocks, ihr kennt das Ganze, ist eine Serie, die beschäftigt sich mit dem Trainingcamp eines Teams dieses Jahr, namentlich die Tampa Bay Buccaneers. Und dort wurde jetzt der Kicker, Aguayo, wurde entlassen. David Hasselhoff, weißt du noch, wann letztmals ein Kicker so früh gepickt wurde im Draft, wie Aguayo, der war ein Second-Rounder der Tampa Bay Buccaneers? Ja, ich kann es dir allerdings natürlich verraten, seit 2005, Mike Nugent war das nicht mehr der Fall. Seitdem ist es der höchste Pick, der jemals, also seit 2015 entsprechend, für einen Kicker drangegeben wurde. Und die Tampa Bay Buccaneers sind damals sogar noch hochgetradet. Die haben den nicht einfach so genommen. Die sind hochgetradet, um Aguayo zu bekommen in die zweite Runde. Und 2016 war dann kein gutes Jahr für den Jungen. Es lief alles andere als gut. Und genau dort hat er jetzt auch dieses Jahr angeknüpft. Im Preseason-Game gegen die Cincinnati Bengals hat er einen PAT verkackt und später dann auch noch einen 47-Jahr-Field-Golf-Versuch daneben gesetzt. Und das war es dann für Aguayo. Doch lange war er nicht arbeitslos. Denn da ist ein Team, das nimmt sich solchen Jungs an und gibt denen eine zweite Chance. Die Chicago Bears. Die Chicago Bears haben sich ihn von der Waver Wire geholt. Ist inzwischen bei den Bears. Ruben Randall, Wide Receiver, wurde auf die IR gesetzt. Der ist schon verletzt. Der steht keinem der drei Quarterbacks nächstes Jahr als Wide Receiver zur Verfügung. Aguayo hat entsprechend den Platz übernommen und steht jetzt im Kader der Chicago Bears. Interessant hier an dieser Stelle. Und ich würde das Ganze sogar mit einem Fun-Fact versehen. Ein anderer Kicker im Kader der Chicago Bears ist Connor Barth. Und Connor Barth ist genau der Mann, der damals bei den Tampa Bay Buccaneers gehen musste, als man Aguayo gedraftet hat. Und jetzt kämpfen beide wieder um einen Spot als Kicker in einem Team. Und Connor Barth könnte wirklich schlimme, schlimme Albträume von diesem Jungen haben, wenn er ihm wieder einen Job wegnehmen sollte. Tampa Bay auf der anderen Seite hat sich für Nick Folk jetzt als Kicker entschieden. 1,75 Millionen lässt man sich das Ganze dieses Jahr kosten, dass er da die Bälle durch die Streben kickt im nächsten Jahr für James Winston und Co. Verschiedenste Themen beleuchten wir hier natürlich bei den Backfield Boys. Verschiedenste Richtungen auch. Und als Podcast kann man sich das Ganze immer ein Stück geben bei iTunes und Stitcher. Die Sendung gibt es natürlich auch bei YouTube. Und für alle Leute, die einzelne Themen nochmal nachsehen wollen oder einzelne spezielle Themensegmente, wie beispielsweise nur unsere Clips oder Meinungen über Fantasy Football, die sind gut aufgehoben bei uns auf dem YouTube-Kanal. Dort solltet ihr definitiv ein Abo dalassen und allen anderen Leuten auch davon erzählen, dass dort viele Leute ihr Abo dalassen. Dann verpasst ihr nämlich auch keinen unserer Shorties mehr. Shorties sind unsere kleinen, kompakten Clips, meist zusammengestellt aus der Sendung, manchmal allerdings auch frei gefilmt, die ihr dann nicht in der Sendung findet. Die findet ihr bei uns allerdings auf YouTube in verschiedenen Playlists, natürlich geordnet nach Kategorien. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch und dort könnt ihr die Sachen nachsehen. Auf YouTube unsere Shorties werden immer mehr. Wir sind bereits bei über 200 Videos auf YouTube für alle, die das noch nicht wissen. Ezekiel Elliott war ein großes Thema. Der Freitag war allerdings vollgepackt mit noch mehr Infos. Und zwar mit einem ganz, ganz großen Trade. Und einem Trade, den es in dieser Form, gibt es solche Trades sehr, sehr selten in der NFL. Jetzt, am vergangenen Freitag allerdings, hat die NFL sich solch einen Trade geleistet. Und der größte Name, der dort den Verein gewechselt hat, war Sammy Watkins. Sammy Watkins ist in Zukunft ein Mitglied von Jared Goff, von Todd Gurley bei den Los Angeles Rams. 2014 haben die Buffalo Bills noch zwei First-Rounder und einen Fourth-Rounder im Draft für Sammy Watkins bezahlt, damit man hochtraden konnte und sich Sammy Watkins sichern konnte. Vornamen wie Mike Evans oder Odell Beckham Jr. So viel wert war ihn damals Sammy Watkins. Sie haben ihn höher eingeschätzt als ein Evans, höher eingeschätzt als ein OBJ. Viel, viel dafür bezahlt und jetzt gehen lassen. Was ist genau passiert am vergangenen Freitag, David? Lasst die Leute mal wissen, wer hat welchen Verein jetzt in Zukunft auf der Brust kleben? Also, die Buffalo Bills geben Sammy Watkins und einen Six-Rounder ab und erhalten dafür EJ Gaines plus einen Second-Rounder aus L.A. Doch nicht genug. Man gab auch noch Ronald Darby nach Philly ab und erhielt dort Joel Matthews plus einen Third-Rounder. Und das Interessante an der ganzen Sache oder was ich sehr lustig fand an der ganzen Sache war noch, man hat Sammy Watkins gehen lassen bei den Buffalo Bills nur wenige Stunden, nachdem er im Preseason-Opener noch auf dem Platz stand und die ersten vier Targets sogar im Spiel von Tyra Taylor erhalten hat und richtig gut aussah. Ich persönlich habe mir auch gedacht, Sammy Watkins, den könntest du auch nächstes Jahr in deinem Fantasy-Team vielleicht noch mal ein bisschen höher ranken und die Connection mit Tyra Taylor sah gut aus, Sammy sah fit aus und dergleichen. Kam gut ins Spiel rein und auch Tyra Taylor hat sich dann dazu genötigt gefühlt, auf Twitter das Ganze zu äußern und hat getwittert, we are just getting started, hat auch noch Sammy Watkins dort verlinkt im Tweet. Allerdings dieser Tweet wenige Minuten nur, wenige Minuten nur, bevor Sammy Watkins dann getradet wurde. Der Tweet wurde dann natürlich entsprechend von Teilgott wieder gelöscht. Man muss allerdings dazu auch sagen, es schien schon länger so, dass die Buffalo Bills nicht mehr lange mit Sammy Watkins planen. Als First-Rounder in der NFL, also im Draft, hat dein Team die Möglichkeit, eine Fifth-Year-Option zu ziehen für ein fünftes Vertragsjahr. Die meisten Teams machen das natürlich mit ihren Top-Tanenten. Sammy Watkins allerdings wurde das Ganze verwehrt. Die Buffalo Bills haben diese Option nicht gezogen und es hatte dort schon den Anschein, als würde Sammy Watkins im kommenden Jahr die Buffalo Bills so oder so verlassen. Dann allerdings für Nüsse, für nichts. So hat man sich das Ganze nochmal ein bisschen versüßt und besitzt jetzt im kommenden Jahr neben diesen dazugewonnenen Picks, die uns ja gerade eben David noch mitgeteilt hat. Auch den First-Rounder von Kansas City und somit insgesamt sechs Picks in den ersten drei Runden des Drafts 2018. 2018 also für alle Buffalo Bills Fans da draußen ein ganz, ganz wichtiger Draft für euch. Brandon Bean, GM der Buffalo Bills, wurde dann natürlich auch gefragt und bevor ich das Ganze gelesen hatte und so weiter, stand es auch bei uns auf dem Script. Die New York Jets scheinen das ja ein bisschen herzuschenken, um zu tanken. Machen die Buffalo Bills jetzt genau das Gleiche? Die Frage wurde dann auch Brandon Bean gestellt. Der musste sich das Ganze anhören und hat gesagt, da ist natürlich nichts dran. Das ist Blödsinn. Wir spielen für dieses Jahr. Wir spielen, wir planen natürlich auch für die Zukunft. Das macht allerdings jedes NFL Team, sollte auch jedes NFL Team logischerweise machen. Er hat das Ganze von sich gewiesen und ich persönlich sehe es bei den Bills auch nochmal ein bisschen anders als bei den Jets. Zum einen habe ich den Kader der Buffalo Bills nicht so unerfahren. Ich möchte gar nicht sagen schlecht, weil ich glaube auch bei den Jets sind einige Namen, die uns nächstes Jahr überraschen werden. Bei den Bills sind allerdings die Namen nicht so unerfahren. Da steht mehr hinter oder zumindest mehr aus der Vergangenheit, mit dem wir rechnen können. Und ich nenne das Ganze eher Raster Construction, was die Buffalo Bills dort eingehen. Sammy Watkins wäre so oder so gegangen. Ich glaube, die Schnur dort war zerrissen. Und jetzt hat man zumindest nochmal etwas im Gegenzug dazu bekommen. Trotzdem, natürlich sieht das Team der Buffalo Bills im nächsten Jahr auf dem Papier schwächer aus. Doch man muss auch bedenken, die sind in einer Division mit den New England Patriots, mit Tom Brady, mit Bill Belichick, mit einem Team, welches enorm dominant ist. Und du versuchst natürlich, klar, kein Team will ein ganzes Jahr herschenken. Du versuchst, dieses Jahr dort mitzuhalten. Aber seien wir realistisch, seien die Buffalo Bills realistisch, die Chance, die New England Patriots derzeit dort vom Thron zu stoßen, ist nicht sonderlich groß. Und daher sind alle Teams in dieser Division gut damit bedacht, wenn sie jetzt schon versuchen, an einer Zeit nach Tom Brady, ich meine, der Mann ist über 40 Jahre alt, an einer Zeit nach Bill Belichick, auch er wird nicht ewig trainieren, zu denken, um dann vielleicht bereit zu sein, genau diesen Moment abzuwarten, für diesen Moment sich vorzubreiten, wenn die New England Patriots ein wenig schwächeln. Und das wird wahrscheinlich nur geschehen, wenn diese beiden abtreten oder wenn einer dieser beiden abtritt. Und das darfst du nie ganz aus den Augen verlieren. Und das, glaube ich, machen auch nicht die Buffalo Bills. Für mich persönlich wird bei den Buffalo Bills im nächsten Jahr extrem interessant, wie das ganze Spielkonzept aufgebaut wird. John Matthews hat man jetzt neu dazugeholt. Der hat letztes Jahr 58% aus dem Slot gespielt bei den Philadelphia Eagles. Zudem hat man sich verstärkt mit Anquan Bolden. Der hat letztes Jahr sogar 81% aus dem Slot gespielt. Sammy Watkins war die Waffe außen, neben Robert Woods. Beide stehen nicht mehr im Kader der Buffalo Bills. Im Draft holte man sich Say Jones. Das ist ein Rookie. Der wird diese Fußstapfen außen wahrscheinlich füllen müssen. Die Frage ist natürlich, ob das Ganze genügt. Und der Slot ist jetzt sehr überwandert. John Matthews war auch noch nie in der Vergangenheit dafür bekannt, außen spielen zu können. Er ist gar nicht der Typ dafür. Im Slot wird extrem viel passieren. Und dahinter hast du einen der besten Backs in der NFL mit Shady McCoy. Das Spielsystem der Buffalo Bills im vergangenen Jahr. Was das Team sich dahinter gedacht hat, wird für mich persönlich sehr, sehr interessant zu sehen. Und bin ich echt gespannt darauf, wie das Ganze ablaufen wird und was man sich dabei gedacht hat. Ich glaube, die Offense wird noch mehr durch Shady McCoy laufen, durch LeSean McCoy. Und ich glaube, etwas Seltenes könnte hier vorkommen, dass ein Running Back das Team in Targets anführt. Klingt vielleicht ein bisschen für eine Bold Prediction. Allerdings, wenn ich dieses System so ein bisschen lese, könnte ich mir vorstellen, dass LeSean McCoy ordentlich mit Targets gefüttert wird. Die Frage ist nur allerdings, ob er das Ganze durchhält. Shady McCoy, ja, er ist nicht unbedingt verletzungsanfällig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er da irgendwelche Glasknochen hat. Allerdings habe ich persönlich oft in der Saison das Gefühl, quasi jede Woche das Gefühl, das war jetzt ein Hit. Shady McCoy fällt erstmal auf. Er wirkt auch immer so ein bisschen zerbrechlich oder er wirkt auch immer so ein bisschen als, mal gucken, wie lange er dieses Spiel noch durchhält. Und nächstes Jahr wird er noch mehr gefüttert, als es schon in der Vergangenheit der Fall war. Problematisch dazu bei den Buffalo Bills von Jordan Matthews hatte man ungefähr eine halbe Stunde was. Dann hat er sich verletzt, hat sich einen Knochen gebrochen und fällt jetzt wahrscheinlich erstmal vier bis sechs Wochen aus. Pitch würde an der Stelle sagen, that's bad. Und das ist es allerdings. Für Sammy Watkins geht es jetzt also nach Los Angeles und zu den Rams. Und Jared Goff, der muss sich am Freitag gefühlt haben, als Treffen Weihnachten, Hanukkah, Ostern und sein Geburtstag, alles auf den gleichen Tag. Gleiches gilt auch ein bisschen für Todd Gurley. Dem fehlte ja, um ein bisschen mehr Platz zu bekommen, so ein Vertical Threat. Und Sammy Watkins ist genau dieses Vertical Threat, welches die Rams sich jetzt gegönnt haben. Und das Receiver Corps liest sich auf dem Papier okay. Sammy Watkins hasse, Robert Woods hasse als Possession Receiver, Cooper Cupp im Slot, dazu Tavon Austin, der zwar komplett überbezahlt wurde, allerdings so als Gadget, als Waffe für verschiedene Szenarien und jetzt halt Sammy Watkins als Deep Threat. Klingt cool, auch für Watkins auf den ersten Blick. Problem ist allerdings Jared Goff. Und Jared Goff war in seinen Spielen vergangenes Jahr unfassbar schlecht, was den tiefen Ball angeht. In den vergangenen Jahren waren eigentlich nur RG3 und Joe Flecko schlechter, als es Jared Goff war. Und die Stärke von Sammy Watkins sind eben genau diese tiefen Pässe, die Jared Goff, zumindest bisher, nicht bewiesen hat, anbringen zu können. Und für Sammy Watkins geht es von Tyra Taylor, einer der Besten, wenn es darum geht, den Ball tief und genau zu platzieren, zu einem der schlechtesten der Liga, zu Jared Goff. Also auf dieser, wenn man nur das betrachtet, kann sich Sammy Watkins über diesen Trade natürlich nicht freuen. Von Sean McVay, dem neuen Coach bei den Rams, sicherlich ein ganz, ganz cleverer Zug, ein wichtiger Zug. Und der richtige Zug, doch ob man mit Jared Goff den Mann hat, der dieses Spielprinzip oder der Sammy Watkins ins rechte Licht rücken kann, das ist auch auf den zweiten Blick für mich persönlich sehr, sehr fraglich. Und dann war natürlich noch mitbeteiligt an diesem Three-Way, die Eagles. Was für ein Freitag für die Vögel. Ja, in Philly hat man definitiv erstmal gefeiert, dass Sieg gesperrt wird. Sieg wird gesperrt, David sagt es gerade aus dem Off. Sieg wird gesperrt, da krachten schon die Gläser in Philadelphia. Und dann bekommt man auch noch einen ganz, ganz starken Cornerback mit Ronald Darby dazu und stärkt eine der absoluten Schwachstellen aus 2016 weiter. Die NFC East wird im nächsten Jahr richtig Spaß machen und mich persönlich einige Male in Schwitzen bringen. Jetzt auch sicherlich die Philadelphia Eagles. Darby kehrt zurück zu Jim Schwartz. Der war auch schon mal einer seiner Trainer in seiner Rookie Season 2015. Und da war Ronald Darby so gut, dass er von Pro Football Focus zum Rookie of the Year gewählt wurde. Jetzt hat er diesen Koordinator zurück und Ronald Darby hat zudem noch zwei Jahre übrig von einem sehr, sehr, sehr günstigen Vertrag, wodurch die Philadelphia Eagles auch weiterhin profitieren. Was gab man ab? John Matthews. Okay, John Matthews ist ein guter Spieler, keine Frage. Allerdings auf einer Position, auf welcher man sich in dieser Offseason sehr verstärkt hat und breit aufgestellt war. Man gibt also Breite ab und holt sich Stärke in der Spitze auf einer Position hinzu, auf welcher man sich verstärken musste. Mit Elton Jeffery hat man sich meiner Meinung nach den Free Agent dieser Free Agency Phase, dieser Offseason gesichert auf der Wide Receiver Position und eine absolute Eins auf der Wide Receiver Position. Und für den Slot, in welchem John Matthews die meiste Zeit gespielt hat bei den Philadelphia Eagles, hat man in der Hinterhand immer noch einen ehemaligen First Rounder, der bisher nicht das gezeigt hat, weswegen er in der ersten Runde des Drafts geholt wurde mit Nelson Aguilar. Der könnte möglicherweise vor einem Breakout-Year stehen. Schließlich hatte Matthews im vergangenen Jahr 84 seiner 113 Targets im Slot. Die müssen irgendwie neu bedient werden. Klar, sicherlich auch durch den Tight End, aber auch die Position selber im Slot durch den Wide Receiver. Da könnte Nelson Aguilar rein stoßen. Wenn es solche Trades gibt, dann wird natürlich immer die Frage gestellt, wer ist denn jetzt der Sieger? Und oftmals ist bei dieser Frage die Antwort gar nicht so einfach oder kann nicht in diesem Moment gestellt werden. Das sehe ich auch bei diesem Trade auf den ersten Blick so. Wenn ich mir die Teams allerdings einzeln anschaue, dann scheint es so, als dass die Buffalo Bills mehr für die Zukunft getan haben als für dieses Jahr. Die Los Angeles Rams auf der anderen Seite haben das Notwendige für den bestehenden Kader getan. Man brauchte diesen Top Wide Receiver außen für Gurley, für Goff als jungen Quarterback. Den hat man sich mit Sammy Watkins geholt, allerdings meiner Meinung nach sehr, sehr teuer bezahlt. Und die Eagles haben vielleicht am meisten von diesen Trades profitiert. Wie gesagt, breiter eingetauscht auf der Wide Receiver Position gegen Spitze auf der Cornerback Position auf einer Schwachstelle 2016, die man dadurch behoben hat. Und ich glaube, dass Darby diese Offense extrem stark machen kann. Wir haben in einer der letzten Sendungen schon mal darüber gesprochen, ich glaube, es war 35, wo man die Philadelphia Eagles so ein bisschen einschätzen kann, wo man sie einordnen kann. Und Ronald Darby gibt dem Ganzen nochmal einen extremen Schub für das nächste Jahr. Vielleicht sollte sich Mucki doch nochmal überlegen, ob er nicht diese Wette eingehen sollte, dass die Philadelphia Eagles, ich glaube, wir haben gesagt, die beste Defense in der NFC, und haben wir nur in der NFC East gesagt, müssen sie mir nochmal selber reinziehen. Auf jeden Fall sollte Mucki vielleicht doch darüber nachdenken, diese Wette noch einzugehen. Auch an dieser Stelle natürlich die Frage, Fanfu, Gewinner des Trades? Fantasy-Gewinner, David Hasselhoff, gute Frage. Shady und Gurley gehen hoch, meiner Meinung nach. In Episode 36 haben wir noch darüber gesprochen, dass Todd Gurley im nächsten Jahr weiterhin dieser Wide Receiver fehlt, um einfach ein bisschen Platz zu schaffen, die er braucht in der Mitte des Feldes. Er ist oftmals letztes Jahr gegen dicke, dicke Boxes angerannt, und Sammy Watkins wird ihm mehr Platz verschaffen. Sammy Watkins wird das Ganze hinlegen. Shady McCoy habe ich eben gesprochen, das Volume könnte nochmal nach vorne gehen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass er das körperlich nicht durchhält. Wenn er es allerdings körperlich durchhält, hast du mit LeSean McCoy jetzt nochmal einen besseren Running Back, als du ihn vorher schon hattest. Und Shady McCoy ist wie ein glitschiger Fisch. Der geht hier durch die Reihen durch wie ein heißes Messer durch Butter. Und er wird jetzt mit noch mehr Volume gefüttert, mit noch mehr Targets, mit noch mehr Carries möglicherweise. Die Offense wird noch mehr auf ihn zentriert sein. Deswegen die beiden für mich persönlich Gewinner. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Namen nochmal anschaut, offensiv Jordan Matthews, da mache ich einen Mucki. Ich glaube, da wird sich nicht so viel ändern. Er war letztes Jahr auch das Top-Target in Philadelphia. Er wird möglicherweise auch das Top-Target in Buffalo sein. Trotzdem wird der Wert sich jetzt nicht unbedingt vergrößern, weil der Spielertyp der gleiche bleibt und ähnlich eingesetzt wird, wie es bei den Eagles der Fall war. Und Sammy Watkins, der Quarterback hat sich verschlechtert. Das ist für einen White Receiver, auch im Fantasy Football, natürlich nie gut. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Rolle, die er möglicherweise so ein bisschen übernehmen sollte im System oder diesen Top-1- White Receiver der Rams im vergangenen Jahr, das war Kenny Britt, der war am Ende der 30st-beste White Receiver im Standard Scoring im Fantasy Football. Von daher auch jetzt kein enormes, enormer Upside dort unbedingt bei Sammy Watkins. Ihn hat es vielleicht sogar ein bisschen weiter runter gerissen. Ich glaube, ich würde ihn jetzt ein bisschen tiefer einordnen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich von Jared Goff noch nicht das gesehen habe, was ich weiß, was Tyrod Taylor imstande ist, zu leisten. Das wären so meine Fantasy-Gedanken zu diesen Trades. David, ich hoffe, zufriedenstellen für dich. Ich sehe, du machst schon Notizen, das ist gut. Also solltet ihr vielleicht auch ein paar Notizen gerade gemacht haben oder euch das komplett am Purpose vorbeigehen lassen. Was haben wir noch? In der vergangenen Woche wurde natürlich viel Football gespielt. Ich habe letzte Woche Mittwoch zu euch gesagt, guckt ganz, ganz viel Football am Ende der Sendung. Ich hoffe, ihr habt es getan. Waren jetzt natürlich nicht so die absoluten Knaller dabei. Klar, viele Starter haben nur einen Drive gespielt, sind dann wieder vom Feld gegangen. Das wird sich in den nächsten Wochen steigern, jetzt in Woche zwei natürlich auch schon. Aber da waren einige Themen, die ich natürlich mit euch besprechen möchte, die bei mir hängen geblieben sind. Und da war ein Thema sicherlich Marshawn Lynch. Er ist wieder zurück und hat direkt mal für einen Aufreger gesorgt, indem er bei der Hymne sitzen geblieben ist. Wir wissen alle noch, Colin Kaepernick findet vielleicht aufgrund der Tatsache, dass er das in der Vergangenheit gemacht hat, weiterhin keinen Job in der NFL. Marshawn Lynch kehrt gerade aus dem Retirement zurück, aber wir wissen auch ganz genau, dem Jungen ist das manchmal komplett egal, was die Medienlandschaft über ihn denkt. Und der ist sitzen geblieben als mögliche Protestaktion. Wobei man bei ihm sagen muss, in den vergangenen elf Jahren oder so, in denen er in der NFL gespielt hat, war es oftmals, aber einfach, weil es da medial kein Thema war, zu dem Zeitpunkt, als Colin Kaepernick diese Sache angefangen hat, war er nicht in der NFL, hieß es aus Mannschaftskreisen der Seattle Seahawks. Marshawn Lynch war oftmals bei der Hymne gar nicht auf dem Feld, der war da noch in der Kabine. Marshawn Lynch hat schon oft gesessen bei der Hymne, da hat es nur keinen gejuckt, da hat es keiner mitgekriegt. Jetzt ist der Fokus natürlich auf diesem Thema und jetzt merkt man das Ganze. Marshawn Lynch, glaube ich, es könnte eine Protestaktion gewesen sein, es könnte ihm aber auch einfach komplett Schnuppe gewesen sein, weil er es in der Vergangenheit schon getan hat. Jetzt natürlich rückt das Ganze in den Fokus. Jemand, der das wissentlich gemacht hat bei den Seattle Seahawks war Bennett, der hat das Ganze auch medial nochmal in den Fokus gerückt und hat gesagt, er hat das als Protestaktion gemacht, dass er nicht aufgestanden ist für die Hymne. Die Seattle Seahawks stehen allerdings hinter dem Spieler und sagen, das kann jeder handhaben, wie er möchte und vor allem vor dem Hintergrund dieser Unruhen am vergangenen Wochenende in den USA wurde das Ganze natürlich nochmal ein bisschen mehr betrachtet und ich glaube, dieses Thema wird uns noch weit, weit in die nächste Saison begleiten und ich glaube allerdings auf der anderen Seite nicht, dass es nochmals so schlecht dargestellt wird oder solche schlechten Auswirkungen haben wird, wie für Colin Kaepernick, wenn das andere Spieler machen. Bleibt allerdings weiterhin Thema. Andere Sache, die ich natürlich auch beleuchten möchte und die natürlich groß verfolgt wurden von Pitch und Mucki bei uns hier bei den Backfield Boys war der Mitch Mitchell Trubisky hat sein Debüt gegeben für die Chicago Bears, der Second Overall Pick der Chicago Bears, 18 von 25 Würfen an den Mann gebracht, 166 Yards, einen Touchdown geworfen und nochmal 38 Rushing Yards hingelegt. Pitch Pitch war begeistert. Ich persönlich fand es eine ordentliche Leistung. Ich würde ihn allerdings aufgrund dieser einen Leistung jetzt nicht in den Himmel heben. Es war ein einziges Spiel und in der Vergangenheit haben wir schon einige Spieler großartige Preseason Leistungen hinlegen sehen, die inzwischen viele von uns gar nicht mehr mit Namen kennen. Sicherlich gibt es auch Gegenbeispiele. Allerdings würde ich von Mitchaya gerne ein bisschen mehr sehen, bevor ich mir ein endgültiges Urteil erlaube. Ich persönlich habe größere Sorge wegen des Touchdowns von Mitchell Trubisky zu Victor Cruz, weil ich sehe jetzt schon bildlich vor meinem geistigen Auge Mucki den Salsa tanzen. Und glaubt mir, das möchte man nicht sehen. Kann aber in der nächsten Saison oftmals der Fall sein. Wenn man das Ganze jetzt vergleicht natürlich mit Mike Glennon, dem Starting Quarterback der Chicago Bears stand jetzt, der hat 2 von 8 angebracht, 20 Yards hingelegt und eine Interception. Punktsieg für Demitschaya, würde ich an dieser Stelle einmal sagen. Interessant war dann das Training, das nächste Training der Chicago Bears, da war dann auf einmal wieder Mike Glennon, so wie wir ihn kennen, in einem kompletten Drive, jeden Pass an den Mann gebracht, richtig gut gespielt, der Drive danach dann wieder keinen einzigen Pass an den Mann gebracht und ich glaube genau das ist Mike Glennon im nächsten Jahr, inkonstant und von daher, Pitch wird ja nicht müde zu sagen, Mike Glennon ist der Starter für die Chicago Bears, glaube ich, dass wir den Mitchaya sehr viel früher sehen werden, als die Preseason hat es gerade auch gezeigt, sitzt dahinter auf der Bank. Die Chicago Bears haben trotz dieser überragenden, grandiosen, glorreichen ersten Leistung von Mitchell Trubisky das Death Chart nicht geändert, er ist weiterhin der Third String Quarterback noch hinter Mark Sanchez. Also da noch keine Änderung bei den Chicago Bears. David Hasselhoff, Hasselhoff, Entschuldigung, was war denn für dich so am interessantesten in der ersten Preseason Woche? Was hat dich so am meisten beeindruckt? Für mich war TJ Watt ziemlich imposant, als Linebacker im ersten Profispiel zwei Sacks, sechs Tackles und Pass Defended. Im Fantasy Football übrigens waren das elf Punkte gewesen und der folgte den Sprung seines großen Bruders. Ja, man darf an der Stelle auch nicht vergessen, sein großer Bruder JJ wurde auch damals schlechter eingeschätzt von vielen in der nicht wahr. Ich meine, inzwischen ist es einer der absoluten Topstars der Liga und gleiches eventuell wird auch mit TJ gemacht und er hat jetzt im ersten Preseason Game natürlich gezeigt, zu was er im Stande sein kann, wird allerdings auch dort interessant zu sehen sein, wie er sich gegen bessere Offensive Lines macht, gegen bessere Offenses an sich. Das können wir natürlich mit dem einen Preseason Game auch dort noch nicht abschließend beurteilen. Ich persönlich habe natürlich mir auch das Cowboy Spiel reingezogen, habe keinen der Starter gesehen, allerdings viele Fumbles, neun Stück an der Zahl gab es im Spiel zwischen den Cowboys und den Rams. Vier von den Rams, fünf von den Cowboys, neun Fumbles. Die Kommentatoren wurden an der Stelle nicht müde zu sagen, die Spieler sind ungewohnt, gerade diesen der ihn voll auf die Zwölf gibt und deswegen ist da Ball Security noch nicht so wirklich fresh am Start. Trotzdem neun war schon enorm stark zu sehen und insgesamt war es ein ziemlich schnelles Spiel, 21 First Downs nur. Also das war jetzt nicht der absolute Leckerbissen, aber das zeigt halt auch, es ist noch Preseason und in der Season selber, in wenigen Wochen schon, wird das Ganze noch mal ganz ganz anders aussehen. Ich habe es eben schon mal in der Sendung gesagt, oftmals diese Woche habe ich mich mit verschiedenen Leuten von euch privat ausgetauscht, das freut mich enorm, gerne mehr davon von mir aus öffentlich auf Twitter oder Instagram oder wo auch immer oder gerne auch per privater Nachricht. Ihr könnt euch allerdings auch mit Pitch natürlich austauschen und auch mit Mucki und auch gerne mit mir. Auf Twitter sind wir nämlich alle jetzt auch persönlich erreichbar. Ja, klar, at Backfield Boys ist da die gesammelte Adresse. Persönlich erreichbar ist Pitch unter der VK84, Mucki at der Krause und ich at Tobi Krause, wenn ihr da persönlich mit uns sprechen wollt. Ich habe euch ja auch genutzt an dieser Stelle vergangene Woche, um meinen Keeper für meine Hauptliga im Fantasy Football nächstes Jahr festzulegen. Meine Wahl am Ende lag zwischen Mike Evans und Todd Gurley. Für viele war es eindeutig Mike Evans, es gab aber auch viele Argumente für Todd Gurley. Zum einen glaube ich, dass er nächstes Jahr stärker wieder zurückkommt. Ich glaube, es ist einer der besten Running Backs der Liga. Unsere Liga keept. Die anderen Keeper wusste ich teilweise schon oder war mir relativ klar, wer das wird. Und von daher dachte ich mir, okay, einen Running Back zu keepen, tut gar nicht so weh, weil die Top Running Backs, Bell, McCoy, David Johnson, Sieg, die wurden alle gekiept. Da hatte ich also keine Chance drauf. Von daher dachte ich mir, einen Todd Gurley zu haben, tut dann gar nicht so weh. Ihr habt euch für Mike Evans entschieden. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung an der Stelle. Ich habe mich dann übrigens auch für Mike Evans entschieden. Er ist mein Keeper für die nächste Saison in meiner Hauptliga. Das wollte ich euch noch kurz wissen lassen. War es jetzt kurz und knapp? War es ein Cornichon? Naja, nicht wirklich. War dann doch eine ordentliche Länge an Sendung. Was haben wir heute mitgenommen? Wir haben heute mitgenommen. Die Straf von Ezekiel Elliott basiert nicht ganz auf Tatsachen und das ist nicht das Beste. Meiner Meinung nach. Wir haben heute mitgenommen. Die Philadelphia Eagles haben ihre Defense verstärkt. Die Rams haben das Notwendige getan. Und die Bills planen vielleicht schon für die Zukunft. Und wir haben heute mitgenommen. Pi war heute leider nicht da. Aber ihm geht es gut. Genesungswünsche könnt ihr ihm leider auf Twitter noch nicht zukommen lassen. Ist aber auch nicht notwendig. Wie gesagt, körperlich alles in Ordnung. Aber ihr könnt ihm gerne irgendwas mitteilen. Natürlich auf unseren sozialen Kanälen. At Backfield Boys. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen dicken Daumen hoch da. Fünf Sterne auf iTunes und Stitcher. Eine positive Rezension ist immer gerne gesehen. Erzählt den Leuten, dass es uns gibt. Wir wollen mehr Leute erreichen und ihr seid der Schlüssel dazu. Das wissen wir. Vielen, vielen Dank für alle, die das schon unterstützen. Und wir freuen uns über jeden, der das weiter publik macht. Und für alle, die uns noch nicht abonniert haben. Ey, wird definitiv Zeit. YouTube, iTunes, Stitcher überall abonnieren. Dann verpasst ihr nichts mehr von den Backfield Boys. Nächsten Mittwoch, dann Episode 43 schon. Und ich sollte aufpassen mit den Ankündigungen für die nächsten Sendungen. Aber ich mache es an dieser Stelle trotzdem. In der kommenden Ausgabe am nächsten Mittwoch haben wir einen Gast wieder bei uns am Start. Nämlich Thorsten Sell, Host von Lions TV. Der New Yorker Braunschweig Lions aus der GFL. Der wird bei uns zu Gast sein. Mit ihm werde ich über verschiedenste Themen reden. Aber natürlich auch über die aktuellen Themen von der NFL. Der wird nächste Woche bei uns am Start sein. Thorsten Sell, solltet ihr also nicht verpassen. Am kommenden Mittwoch natürlich wieder. Wie jeden verdammten Mittwoch. Die Backfield Boys Show. Schöne Woche. Guckt ganz, ganz viel Football. Ihr wisst es inzwischen. Ciao, tschüss. Macht's gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020